Mein Name ist Tobi und ich freue mich, dass du mein Vorstellungsvideo angeklickt hast, indem ich jetzt ein paar Worte zu meiner Person und meinem Gaming-Dasein verliere. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wann ich mit dem Spiel angefangen habe, aber ich weiß noch, dass mein erstes Spiel Alien auf der Playstation 1 war. Danach der N64 mit Mario 65 und Bencho Kazooie, wie es bei vielen anderen wahrscheinlich auch war. Und mit 8 Jahren fing ich dann World of Warcraft zu spielen. Richtig, mit 8 Jahren spielte ich damals das meistgespielte Spiel der Welt und es zog mich komplett in seinen Bann, bis ich 14 Jahre alt war. Ganze 6 Jahre widmete ich dem Spiel und bereue das bis heute nicht. Und das gefällt mir an Spielen auch so, dass sie dich in eine andere Welt ziehen und in dir eine Begeisterung hervorrufen können, wie es viele andere Sachen nicht können wie Fernsehen oder ähnliches. Einfach weil man hier interaktiv daran teilhat, Erfolge zu feiern. Du selbst warst dafür verantwortlich, dass der Feind besiegt, die Königin gerettet oder das Unmögliche geschafft wurde. Und das ist der Grund, warum mich Gaming so gefesselt hat. Mein absolutes Lieblingsspiel ist die komplette Legacy of Can-Reihe, die eine großartige Geschichte über Vampire und Ungeheuer erzählt. Aber warum das Spiel so großartig ist, zeige ich euch mal in einem anderen Video. Mein Name ist Tobi und ich bin Teil von Team Warplays. Mein Name ist Tobi und ich bin Teil von Team Warplays. Mein Name ist Tobi und ich bin Teil von Team Warplays.